Herzlich Willkommen zum SoFoodJourney Podcast und einer neuen Podcast-Folge diese Woche. Und es ist so krass. Es ist die 200. Podcast-Folge und ich habe mich tatsächlich ein bisschen schwer getan, das Thema auszuwählen und habe mir deswegen einfach Zeit gelassen und habe gesagt, okay, irgendwann kommt das Thema zu mir und dann nehme ich die 200. Podcast-Folge auf, die sich sehr besonders anfühlt, weil es ja einfach allein von der Vorstellung her so krass ist, dass es schon 200 Podcast-Folgen hier bei SoFoodJourney rund um das Thema Essstörungen gibt. Und ich habe dann diese Woche entschieden, dass ich einfach die Community frage und habe bei Instagram einen Fragensticker gemacht und habe nach Wünschen, Ideen für Themen für diese 200. Folge danach gefragt. Und werde auch auf jeden Fall alle Themen nach und nach aufnehmen und habe mich jetzt für ein bestimmtes Thema entschieden. Denn es wurde mehrmals der Wunsch nach einer Kira-Folge bzw. nach einer Folge über meine eigene Geschichte, über meinen Weg, wurde sich gewünscht. Und dann habe ich das halt durchgelesen und währenddessen ist mir aufgefallen, dass ich noch nie, also wirklich noch nie in den ganzen letzten dreieinhalb Jahren, noch nie eine konkrete Folge darüber gemacht habe oder sie halt so betitelt habe, die über meine Geschichte oder über meinen Weg ganz konkret geht. Und dann habe ich mal bei YouTube geschaut, denn bei YouTube gibt es ja ganz viele Videos mit dem Titel Mein Weg raus aus der Essstörung. Und das habe ich auch nicht zum ersten Mal gemacht, das habe ich schon häufiger mal gemacht bei Recherchearbeiten. Und da ist mir auch jetzt aufgefallen, ich habe das nie gemacht oder es gibt halt bei YouTube oder im Podcast keine Folge, die heißt Mein Weg raus aus der Essstörung, weil ich mich mit diesem Wording oder mit dieser Denke dahinter nicht richtig identifizieren konnte und auch nicht kann und auch gar nicht möchte, weil ich erstens nicht an den Weg raus aus der Essstörung glaube, sondern an den Weg durch die Essstörung und weil es mir bei dem, was ich mache, mit dem Fokus auf Coaching im Bereich Essstörung nicht darum geht, euch von meinem Weg zu berichten oder euch halt zu erzählen, was ich an Tag X zum Beispiel gemacht habe, sondern euch vielmehr durch das Teilen der Erkenntnisse aus dem Weg und das Teilen von Coaching-Impulsen aus heutiger Sicht. Damit möchte ich euch neue Perspektive und Blickwinkel auf eure eigene Essstörung ermöglichen, damit ihr in die Selbstreflexion kommt. Dennoch hat mich mein Weg, und das ist natürlich nicht zu leugnen, denn mein Weg hat mich ja durch die Essstörung hierhin gebracht, wo ich jetzt bin. Und diesen Podcast würde es auch ohne meinen Weg durch die Essstörung nicht geben. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich dir heute, ich möchte dir heute einige wichtige und wertvolle Impulse aus meiner Geschichte und von meinem Weg von A bis Z mitgeben. Ich glaube, ich komme jetzt heute nicht von A bis Z durch, doch ich werde auf jeden Fall sicherlich zum Beispiel die Hälfte schaffen und dann daraus einfach zwei Folgen machen. Das heißt, ich nehme immer den Buchstaben aus dem Alphabet von A bis Z und teile zu jedem Buchstaben einen Impuls von meinem Weg oder eine Erkenntnis oder ein Erlebnis, einen Schlüsselmoment oder ähnliches aus meiner Geschichte und von meinem Weg. Da ist sicher nicht alles dabei, was ich dir natürlich erzählen könnte, aber das würde vermutlich einfach tagelang dauern, weil es einfach so viele einzelne kleine Momente, Erkenntnisse und Schritte gab. Deswegen ist da sicherlich nicht alles, alles dabei. Doch ich habe ja noch ganz viel Zeit und kann ja noch ganz viele Podcast-Folgen aufnehmen, wodurch auch da immer ein rundes oder ein ganzes Bild entsteht mit der Zeit. Und wenn du den Podcast auch schon länger hörst, dann hast du sicherlich auch schon einzelne Puzzleteile, auch zu meiner Geschichte oder auch aus Interviews in anderen Podcasts zum Beispiel, wo ich immer ganz viel über meinen eigenen Weg, meine Erkenntnisse, meine Geschichte teile, weil ich dann danach gefragt werde, bildet sich sicherlich so ein gesamtes oder ein ganzes Bild, was auf meinem persönlichen Weg für mich wichtig war. Doch es gibt dir auf jeden Fall heute schon mal richtig gute und auch hilfreiche Impulse zum Umdenken für dich selbst mit. In meine Geschichte bin ich auch, das fällt mir jetzt gerade noch ein, in meine eigene Geschichte bin ich auch während des Schreibprozesses, das der ja jetzt vor kurzem war und auch nach wie vor ist, für unser Gemeinschaftsbuch, an dem wir gerade schreiben, das nächstes Jahr erscheint, bin ich in meine eigene Geschichte auch noch mal ganz tief abgetaucht, auch so wie alle anderen Autorinnen und Autoren. Also auch dort in dem Buch wirst du noch mal einiges über mich, über meine Geschichte, meinen Weg und viele andere Wege von wundervollen Menschen lesen können, die ihren ganz eigenen Weg durch die Erstörung gegangen sind oder halt auch noch gehen. Dazu halte ich dich natürlich mega gerne und sowieso über Instagram, den Newsletter oder auch hier im Podcast immer auf dem Laufenden, damit du diesen Buchlaunch nächstes Jahr oder auch den Weg dorthin auf gar keinen Fall verpasst und da auch auf dem Laufenden bleibst. Denn ich möchte dich gerne da in diesem Entstehungsprozess teilhaben lassen, mitnehmen, weil es ein sehr, sehr spannender Prozess ist und auch der Schreibprozess jetzt schon für alle Autorinnen und Autoren mega, ja wirklich noch mal wie so ein Eintauchen in die eigene Vergangenheit war und natürlich auch hier und da emotional schmerzhaft tief gegangen und auch hier und da noch mal Wunden aufgemacht hat, was wirklich spannend war für jeden Einzelnen. Und darüber werden wir mit Sicherheit auch mit der Zeit oder dann spätestens, wenn das Buch da ist, auch noch mal berichten, wie das alle empfunden haben, das Schreiben, den Schreibprozess, das Eintauchen in die Geschichte, sich damit auseinandersetzen, was war, in die Vergangenheit gehen. Also das war wirklich ganz, ganz spannend. Und ja, jetzt aktuell wird ein Text nach dem anderen lektoriert und da es einfach noch sehr viel mehr Arbeit bedeutet, einen für dritten verständlichen Fließtext zu schreiben oder aus den Texten ein gesamtes Buch zu machen und zu kreieren, gerade weil es um so viele unfassbar tiefe, emotionale, berührende, persönliche Geschichten geht, wird es ja sicherlich noch ein bisschen dauern. Aber wie gesagt, ich halte dich auf dem Laufenden. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, wollte ich aber einfach gerne noch mal abholen zu dem aktuellen Buchprojekt, was gerade läuft, neben allen anderen Projekten. Und damit ich das Intro jetzt nicht noch länger in die Länge ziehe, war es aber einfach wichtig, dass ich dir das noch mitgebe, dir das erzähle und du da einfach gerade auf dem aktuellen Stand bist. Und ich würde sagen, jetzt legen wir mal los mit der 200. Podcast-Folge. Ach krass, ey, ist einfach so krass. Und ja, ich lege jetzt einfach mal los mit meinem ABC. Und zwar, wir beginnen bei A wie anfangen. Die Essstörung ist als Symptom auf meiner Verhaltensebene aufgetaucht, als ich ungefähr 16 Jahre alt war. Ich weiß noch, dass ein Jahr vorher meine Oma gestorben ist und ich habe sie tatsächlich auch immer meine Lieblingsoma genannt, da sie ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben war und ich auch ja zu ihr aufgeschaut habe und sie in unterschiedlicher Hinsicht eine Vorbildfunktion für mich hatte. Einfach durch ihre menschliche Art, wie sie war und wie sie sich gezeigt hat und wie sie sich gegeben hat. Und dieser Verlust oder dieses Versterben von ihr hat ein ganz großes Loch in mir hinterlassen. Der Verlust meiner Oma war nicht der Grund für meine Essstörung, und das will ich damit gar nicht sagen oder andeuten. Doch dieser Verlust war wie das Tröpfchen auf dem heißen Stein, wie man so schön sagt, der die Essstörung in mir gefühlt geweckt hat. Oder wie so ein Feuer, also die Essstörung entfacht hat, wo ja vorher aber auch schon was geleistet wird oder schon aufgebaut wird, damit das überhaupt passieren kann und dass so ein Funken ausreicht, um ein Feuer zu entfachen. Dafür ist auch vorher schon etwas passiert. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass die unterbewussten Grundlagen und Voraussetzungen in Form von starken Selbstzweifeln, von Selbstverurteilung bis hin zu Selbsthass, von der Angepasstheit, der Kontrolle, dem Perfektionismus und so weiter, dass all das schon vorher vorhanden war. Und da der Tod meiner Oma damals die Verlustangst in mir hervorgerufen oder aktiviert und auch noch mal bestätigt oder gestärkt hat, passte ich mich vollständig an oder eben noch mehr an meiner Außenwelt an und generell am Außen an anderen Menschen an, was zur Folge hatte, dass ich mich vollständig von mir entfernte und nur noch in Abhängigkeit von meiner Außenwelt lebte. mich also komplett vom Außen abhängig gemacht habe, weil das Außen immer erst kam, bevor ich überhaupt irgendeinen Blick nach innen gerichtet habe, wenn ich das überhaupt noch getan habe, je weiter ich mich von mir selber entfernt habe. Dann kommen wir zu B, wie Blutung. Wie viele von uns war das erste, oder also wie bei ganz vielen, würde ich sagen, von uns, war bei mir das erste körperliche Anzeichen, an das ich mich erinnern kann, dass meine Periode ausblieb. Also sowas wie kalte Hände, kalte Füße, das habe ich auch noch ganz lange oder habe ich auch heute noch. Doch so ein richtiges, spürbar, sichtbares, essentielles körperliches Anzeichen in meiner Erinnerung war, dass meine Periode weggeblieben ist. Nachdem ich sie dann auch erst echt spät bekommen hatte oder zumindest die letzte in meinem engen Freundeskreis war, die ihre Periode bekommen hat, dachte ich sowieso schon immer, dass ich irgendwie anders bin, dass ich nicht so weit entwickelt bin, dass mein Körper nicht weiblich ist im Vergleich zu den anderen und dass mit mir einfach irgendwas nicht stimmt. Und das Gefühl, anders zu sein, kannte ich auch schon früh, weshalb ich angefangen hatte zu glauben, dass ich mich anpassen muss. Doch als meine Periode jetzt ja ausgeblieben ist, fühlte ich mich wieder ein Stück weit anders. Einerseits auf eine negative Art und Weise, weil ich etwas verloren hatte, also ein Stück Weiblichkeit, was mich ja auch mit den anderen, mit meinen Freundinnen verbunden hat, worüber man sich austauschen konnte, wo man sich irgendwie zur Frau gemeinsam entwickelt hat. Und andererseits habe ich mich auch besonders gefühlt, weil ich in der Form anders war, besonders war im Vergleich zu den anderen, weil ich dieses lästige Etwas von Periode halt losgeworden bin, über das sich ja sowieso in dem Alter alle irgendwo beschwert haben, niemand wirklich eine positive Haltung dazu hatte und wir uns auch eher alle vor unserem eigenen Körper und vor dem, was da passiert, auch irgendwo geekelt haben. Und das ist das, woran ich mich erinnern kann, was wirklich ein erstes, sichtbares, spürbares, auch über Jahre hinweg körperliches Anzeichen war. Und was auch bis heute, also ich habe auf jeden Fall eine Periode und auch einen Zyklus, doch der ist nicht wie vielleicht bei anderen immer die 28 Tage lang, sondern ist eher unregelmäßig von bis in unterschiedlicher Länge. C wie Chlor. Witzig, dass mir als erstes Chlor in den Kopf gekommen ist. Wenn ich an Chlor denke, fällt mir sofort unser Freibad ein, in dem ich als Teenager im Sommer fast jeden Nachmittag mit meinen Freunden war. Ich fühlte mich echt schon, ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht so weit zurückerinnern, aber ich weiß, dass ich vielleicht auch nie so richtig ein Wohlgefühl in Verbindung mit meinem Körper hatte, aber ich fühlte mich auf jeden Fall in meinem Bikini, soweit ich zurückdenken kann, schon immer irgendwie unwohl in meinem Körper. Also auch schon ganz, ganz früh, wo ich so meinen ersten kleinen Mini-Bikini hatte als Mädchen. Habe ich mich irgendwie unwohl darin gefühlt und auch, ja, fand mein Bauch irgendwie zu groß, zu breit, zu dick, zu was auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir da schon sehr früh Gedanken gemacht und mich auch mit den anderen, mit meinen Freundinnen verglichen. Und selbst als kleines Kind oder wenn ich mir Fotos von mir als Kind angesehen habe damals, in der Essstörung, habe ich mich verurteilt. Also habe ich mir Fotos von mir als Kind angeschaut und habe dieses Kind, dieses Ich, was ich war, bewertet, verurteilt. Wie wir uns selbst oder auch unseren Körper dermaßen bewerten können und auch uns selbst als kleines Kind quasi bewerten können, ist mir bis heute ein großes Fragezeichen. Auch wenn ich mich intensiv mit verzerrter Körperwahrnehmung, Körperakzeptanz, Körpergefühl auseinandergesetzt habe und auch heute aus Coaching-Perspektive auseinandersetze, ist diese Abwertung des eigenen Körpers aus meiner jetzigen ganzheitlichen Perspektive ein tiefer Ausdruck von der Abgeschnittenheit von uns selbst ausgedrückt über die Beziehung zu unserem Körper. Denn ich würde ja heute niemals ein Kleinkind, was mir über den Weg läuft, als zu dick oder fett beschreiben. Wenn dann, stellen wir vielleicht fest, dass sich ein Kind ungesund ernährt oder sich zu wenig bewegt, nicht ausgeglichen lebt, vielleicht zu viel Fernsehen schaut oder zu viel Computer spielt. Und da ist ja auch immer noch die Frage, was ist das zu viel? Doch dass auch ein Kinderkörper eine Unausgeglichenheit, eine innere, eine seelische, eine emotionale Unausgeglichenheit auf der körperlichen Ebene ausdrückt, ist ja vollkommen verständlich. Und auch da gilt es aus meiner Sicht, in die Tiefe zu gehen und all die Inhalte, also quasi dahinter zu schauen, hinter den Körper, in den Körper und zu gucken, was da auf tieferen Ebenen, in tieferen Schichten passiert, dass der Körper diesen Ausdruck braucht. Denn einem Kind macht es natürlich keinen Spaß, immer der Buhmann oder auch die Buhfrau oder das Buhmädchen zu sein im Sportunterricht, die vielleicht nicht in die Gruppe gewählt wird, weil niemand mit ihr in einem Team spielen will, weil sie oder sie oder er direkt als unsportlich abgestempelt wird. Auf jeden Fall sehe ich heute den, wie schon gesagt, den ganzheitlichen und seelischen Ausdruck hinter einem Körperbild. Ich selbst war jetzt nie übergewichtig, sodass es medizinisch irgendwie ungesund gewesen wäre, weil ich auch glaube, dass jeder Körper hat einfach seinen Spielraum, was das Wohlgefühl angeht, auch in unterschiedlichen Phasen, was bei uns Frauen ja zum Beispiel auch sehr stark mit dem Zyklus zusammenhängt, was wir auch beobachten können, was wir am eigenen Leibe quasi miterleben können. Und von daher war es meine eigene Wahrnehmung, die verzerrt war. Und ich habe mich immer ganz stark, also wirklich stark und auch wirklich früh mit meinen zwei engsten besten Freundinnen verglichen. Und all das, also diese gedanklichen Zusammenhänge, dieses Gedankliche, diese innere Einstellung, all das war aus heutiger Sicht oder waren aus heutiger Sicht schon Anzeichen dafür, dass ich mich von mir selbst, von meiner Innenwelt, von meinem eigenen inneren Kern, von meinem Wert, wie auch immer du es betitelst, aber dass ich mich von mir selbst abgewendet habe und meine Aufmerksamkeit mehr nach außen gerichtet habe, wodurch mein eigener innerer Wert von dem Außen abhängig geworden ist. So ein wichtiger Punkt. Ach, ich kann auch stundenlang zu jedem einzelnen Buchstaben quatschen. Doch wir gehen weiter zu D wie Disco. Da die Essstörung ja ungefähr mit 16, hatte ich vorhin schon gesagt, genau mit ungefähr 16 angefangen hat und anfangs auch mehr so Richtung Magersucht ging, habe ich, ja, habe ich alles gemacht, was mir einfiel oder was ich irgendwo aufgeschnappt habe, was Kalorien einspart oder auch verbrennt. Also es ging hauptsächlich darum, Kalorien irgendwie einzusparen, so viel es geht, oder noch zusätzlich zu verbrennen, um am Ende des Tages am besten auf Null herauszukommen, was eine Energiezufuhr angeht. Und wenn es, also so als Beispiel, wenn es jetzt beim Vorglühen vor der Disco, wenn wir uns irgendwo getroffen haben mit einer Gruppe, fast jeden Freitag und Samstag und in den Ferien sogar noch unter der Woche, also wenn es dann beim Vorglühen vor der Disco hieß, möchte ich jemand eine Zigarette, war ich dabei. Wenn es hieß, wir trinken Wodka pur, war ich dabei. Wenn es hieß, willst du mit zu mir, war ich dabei. Durch meine Angepasstheit war ich von Aufmerksamkeit abhängig, weshalb ich gar nicht mehr reflektiert habe, ob es denn eine eigene Meinung gibt zu etwas und wodurch ich auch meine eigene Meinung oder Standpunkt auch mit der Zeit gar nicht mehr ausgesprochen habe, also gar nicht geäußert habe, so als hätte ich keine Stimme. Du kannst dir vorstellen, ich war ein Mensch, der war da, der wurde gemocht, der hatte ein soziales Umfeld, hatte Freunde, war fest eingebettet, doch ich hatte keine eigene Stimme, weil ich dazugehören wollte um jeden Preis. Ich wollte mich dazugehörig fühlen und ich habe mich dazugehörig gefühlt, indem ich mich angepasst habe, denn ich wollte dabei sein, ich wollte mitmachen und ich wollte gesehen werden. In dem Alter, also vor allem auch die Jahre davor, wo sich die eigene Stimme eventuell nicht so hundertprozentig entfaltet hat, nicht so hundertprozentig entwickelt hat, durch bestimmte Dinge, die schon vorher da waren, ist es oft genau in diesem Alter oder auch in der Pubertät, ist das ja die Zeit, wo wir uns entwickeln. Doch wenn wir da quasi stehen bleiben oder uns die eigene Entwicklung, die Entfaltung durch irgendwelche Formen von Glaubenssätzen oder Argumenten, die unterbewusst dagegen sprechen, untersagen, bleiben wir natürlich an diesem Punkt stehen und bleiben in der Angepasstheit wie stecken und sind dann, also zwingend ans Unterbewusst selber uns anzupassen, weil das der einzige Weg ist, um uns dazugehörig zu fühlen. In dem Alter von 16 Jahren, wo ich dann angefangen habe, viel in die Disco zu gehen, feiern zu gehen, Alkohol zu trinken, zu rauchen, alles mal auszuprobieren, in diesem Alter auch vor allem, also war mir auch vor allem wichtig, von Jungs oder auch von jungen Männern, die mir gefallen haben, wahrgenommen zu werden. Denn meine beiden besten Freundinnen, die hatten bereits sehr früh, also im Vergleich zu mir früh, den ersten oder auch schon zweiten Freund. Sie hatten auch schon beide vor mir ihr erstes Mal erlebt und ich konnte einfach nicht mitreden. Also ich habe mich einfach durchweg über Jahre in unterschiedlichen Momenten, wie auch schon bei der Periode zum Beispiel beschrieben, habe ich mich anders gefühlt. Ich habe mich irgendwie zurückentwickelt gefühlt. Ich habe mich unterentwickelt gefühlt. Ich habe mich nicht weiblich gefühlt und hatte somit schon ganz viele Argumente in mir, die dafür gesprochen haben, dass ich dieses Anderssein, dieses Nicht-so-weit-sein, dass ich das irgendwie ausgleichen musste, wodurch ich mich noch mehr nach außen begeben musste, um weiterhin dabei sein zu können, um gesehen zu werden, um gemocht zu werden. Das hat auf jeden Fall in meiner damaligen Welt schon Sinn gemacht und war auch das, woran ich geglaubt habe oder wonach ich mich verhalten habe. Also ich konnte auf jeden Fall nicht so richtig mitreden. Ich habe mich anders gefühlt. Ich war also wieder anders in der Hinsicht, gehörte nicht so richtig dazu und stand gefühlt die ganze Zeit am Spielfeldrand, ohne so richtig dabei zu sein. Und auch in unserer Dreier-Freundschaft, also das war so eine Dreier-Konstellation, fühlte ich mich ganz oft wie das dritte Rad am Wagen und erzählte auch sogar ganz, ganz häufig. Also ich kann mich an so viele Dinge erinnern. Ich habe mich so oft, ich habe so oft Lügengeschichten erzählt, damit mich die anderen beiden auf jeden Fall mochten, damit sie meine Freundinnen bleiben, damit sie mich weiterhin gerne haben, damit sie gerne Zeit mit mir verbringen, und damit sie mich auch immer fragen, wenn wir uns treffen, und ich bloß keinen Verlust erlebe oder bloß keine Ablehnung erlebe. Und das ist etwas, was ich schon ganz, ganz, also was ich ganz früh verinnerlicht habe und auch ganz stark ausgelebt habe, diesen Schutz durch Angepasstheit, vor Ablehnung, vor Verlust, vor der Angst vor Verlust, dieses Gefühl zu umgehen, beziehungsweise das Gefühl einfach gar nicht erst aufkommen zu lassen. Deshalb musste ich aus der damaligen Perspektive, aus dem damaligen Ich heraus dafür sorgen, dass mich jeder Mensch mag. Und das ist natürlich, also man kann jetzt auf der einen Seite auch sagen, ja, das ist ja super eine Fähigkeit, empathisch zu sein. Ja, auf jeden Fall. Und das habe ich auch bis heute. Und das bringt mich auch weiter. Und ich setze und ich lebe und ich liebe diese Fähigkeit von Empathie. Das macht auch meine Arbeit als Coach aus. Deswegen kann ich diesen Job gut. Deswegen fällt es mir leicht, mich in andere Menschen hineinzuversetzen und Dinge in andere Menschen zu sehen, die ihnen selber noch nicht mal bewusst sind. Das macht einfach auch einen Coach aus, aus meiner Sicht. Doch auf der anderen Seite führt es natürlich auch dazu, wenn man schon diesen Drang nach Ich-muss-mich-anpassen oder diesen Glaubenssatz vielleicht auch Ich-muss-mich-anpassen hat, dann wird das durch die Empathie, solange ich den Glaubenssatz lebe, noch mehr gestärkt. Und dann setzt du deine Fähigkeit, empathisch zu sein, gegen dich selber ein, weil du dich dadurch überanpasst an die Außenwelt und dich halt immer weiter und ganz, ganz stark, wenn nicht sogar komplett, bis auf so einen letzten dünnen Faden von dir selber entfernst. Es geht weiter zu E. wie Einsamkeit. Wenn ich, also ich teile immer meine Gedanken, also meine ersten Gedanken, ich habe mir immer Stichworte gemacht und ich teile immer meine allerersten Gedanken, die mir dazu gekommen sind, mit dir zu jedem Buchstaben. Da gibt es noch ganz viele andere Gedanken, aber ich habe mich immer für den ersten entschieden, der intuitiv aufgeploppt ist. Also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann habe ich häufig das Bild vor Augen, dass ich mich mit einer Tüte Haribo, das waren entweder Gummibärchen oder Cola-Flaschen oder Phantasialand, dass ich mich mit einer Tüte Haribo in meinem Zimmer eingeschlossen habe und einen Horrorfilm gucke. Also ich habe mir wirklich diese ganzen Saw-Filme zum Beispiel alleine reingezogen, habe mich dann in mein Zimmer eingeschlossen, weil ich allein zu Hause war und habe mich da mit meinen Süßigkeiten, mit meiner Haribo-Tüte verkrochen. Und ich sehe mich da allein zu Hause, weil meine Eltern häufig zum Beispiel auf einer Veranstaltung waren oder auch auf einem Ball oder Ähnliches. Und meine Schwester, die dreieinhalb Jahre älter ist, die war dann schon in dem Alter, dass sie unterwegs war oder bei ihrem Freund war. Ich selbst bin auf jeden Fall, wenn ich mich so sehe, noch nicht in dem Alter, dass ich am Wochenende weggegangen bin oder ständig immer irgendwo anders übernachtet habe, weil zu dem Zeitpunkt auch meine beiden besten Freundinnen zum Beispiel auch schon einen Freund hatten und deswegen auch irgendwo schon ein paar andere Unternehmungen hatten als ich. Und dieses Bild habe ich so ganz, ganz oft vor Augen, auch wenn ich irgendwelche Übungen mache mit dem inneren Kind oder Ähnliches, dann habe ich ganz oft dieses Bild vor Augen. Dieses kleine Kind, diese kleine Kira mit ihrer Haribo-Tüte auf dem Sofa-Bett sitzend, also ein Sofa, was man zum Bett umbauen kann, und sitze da und gucke einen Horrorfilm. Ich mache mal ganz kurz das Fenster zu. Es wird hier gerade ein bisschen laut. Ja, und dieses Bild, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das macht mich immer, wenn ich daran denke, macht mich das irgendwie sentimental und auch traurig, da ich jedes Mal bei dieser Vorstellung diese kleine Kira am liebsten in den Arm nehmen möchte oder es halt auch mache, wenn ich zum Beispiel in so einer Coaching-Übung bin. Und ich möchte sie dann einfach in den Arm nehmen und ich möchte ihr sagen, dass sie nicht alleine ist und dass Alleinsein nicht bedeutet, dass sie niemand lieb hat oder sie nicht gemocht wird. Der Glaube, allein und einsam zu sein, hat auf meinem Weg durch die Erstörung eine so wichtige Rolle gespielt. Ich habe mich nämlich vor allem mit mir selbst einsam gefühlt. Denn wenn ich unter Menschen war, dann habe ich mich auch einsam gefühlt. Ich war also immer innerlich und emotional einsam, egal ob jetzt räumlich allein oder unter Menschen. Es hat also eine ganze Weile gedauert, bis ich für mich selber erkannt, wahrgenommen, herausgefunden, verinnerlicht hatte, dass Einsamkeit sowas wie Einssein bedeutet aus einer ganzheitlichen Perspektive. Und das hat sich mir auch auf dem Heilungsweg, also nach dem Klinikaufenthalt, während des Weges der Auseinandersetzung, hat sich mir diese Erkenntnis offenbart und habe ich damit weitergearbeitet und habe halt erkannt, dass in Einsamkeit das Einssein drinsteckt. Und ganzheitlich betrachtet ist der Moment, in dem wir mit uns allein sind, das größte Geschenk von Verbundenheit mit uns selbst. Doch zu der Zeit, als ich in meinem Leben, also als ich alles darum drehte, bloß nicht in Kontakt mit mir zu kommen, sondern lieber darauf zu achten, dass die anderen mich mögen und ich angepasst bin, gab es keinen Platz für Einssein mit mir oder eigentlich trifft es noch besser, dass die Essstörung dafür da war, die Einsamkeit zu füllen, damit ich die Einsamkeit und somit das Einssein und somit mich selber nicht fühlen muss und auch nicht fühlen kann. Denn diesen Platz und vor dieser Erfahrung hat mich die Essstörung beschützt. Und solange ich auch natürlich in dieser Identität mit der Essstörung war, konnte ich mich mir gar nicht zuwenden, weil es, weil sich alles darum gedreht hat, bloß nicht in Kontakt mit mir selber zu kommen, weil das die Gefahr war. unterbewusst. Das war mir damals natürlich nicht bewusst. F wie Frieden. Frieden ist so ein wunderschönes Wort. Allein schon, wenn ich das Wort ausspreche, Frieden überkommt mich immer schon so ein kleines, also ein schönes Gefühl, was den ganzen Körper durchzuckt. Und ab der Entlassung aus der Klinik habe ich mir nichts mehr, also wirklich nichts auf der Welt mehr gewünscht, als diesen ewigen innerlichen Frieden, den ich seit vielen, 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 vielen Jahren in der Klinik zum ersten Mal wieder gespürt und auch erlebt hatte während der neun Wochen Aufenthalt. Und kein, ja, es hat sich angefühlt wie kein Kampf mehr gegen die Erstörung, kein Kampf mehr gegen mich selbst, kein Kampf mehr gegen meinen Körper, kein Kampf mehr gegen meine Gefühle, kein Kampf mehr gegen meine Wahrheit. Einfach Frieden in mir, mit mir und meinem eigenen Leben. Das war das größte und höchste Ziel, das ich von damals aus gesehen, also von dem Zeitpunkt aus gesehen, wo mir das bewusst geworden ist, wo ich aus der Klinik entlassen wurde, 2014, war das von da aus gesehen das größte und höchste Ziel in meinem Leben, was ich erreichen wollte, weil ich es glücklicherweise Leid war, so viel Lebenszeit mit der Erstörung zu, in Anführungszeichen, verschwenden. So habe ich auf jeden Fall damals gedacht. Und so viele, auch glückliche Lebensmomente durch die Erstörung nur sehr getrübt zu erleben und auch sehr, ja, fast wie benebelt in Erinnerung zu behalten. Weil all diese Jahre von gefühlt einem Schleier, ja, verhangen sind, der so an mir vorbeigerauscht ist, bei dem ich nicht wirklich anwesend war und auch nicht so richtig am Leben teilgenommen habe, sondern wo es mehr darum geht, zu existieren und diese Existenz zu wahren, beziehungsweise auch das Gefühl, in einem Überlebensmodus zu sein und es halt irgendwie zu schaffen und das Leben irgendwie zu schaffen, was aber weit weg von dem Lebensgefühl ist, wofür das Leben eigentlich da ist und wofür wir es auch eigentlich zur Verfügung gestellt und geschenkt bekommen. Und ich habe damals, wie gesagt, gedacht, so viel Lebenszeit zu verschwenden mit der Essstörung. Ich sehe das heute nicht als verschwendete Zeit, sondern sehe es als unfassbar wertvolle Erfahrung, durch die ich wieder zu dem Ich und zu diesem, ja, zu meinem wahren Selbst, zu der Kira, die ich bin, wieder zurückkehren konnte, weil ich mich entfernt habe und konnte so jetzt auch mich selber ganz neu kennenlernen durch diese Erfahrung. Und ich weiß ja nicht, ob ich mich jemals so in Frage gestellt hätte oder ob ich meine Innenwelt jemals so detailliert oder so konkret angeschaut hätte, wenn es kein Grund, also wenn es psychisch, gesundheitlich keinen Grund dafür gegeben hätte. Wie es so oft ist bei unterschiedlichen Symptomen, die wir als Menschen haben können, ist es oft so, dass sobald jemand ein Symptom hat, wird das Leben in Frage gestellt, wird die bisherige Einstellung in Frage gestellt, werden Dinge verändert. Und genau so, auch wenn es ein langwieriger Prozess war, sehe ich die Essstörung als ein Symptom, was sich bei mir gemeldet hat, was mir etwas signalisieren wollte, von innen heraus betrachtet, was ich halt lange nicht verstanden habe oder was ich auch lange nicht bereit war, anzuhören, anzunehmen und zu sehen, sondern eher davor weggelaufen bin und gedacht habe, ich muss davor weglaufen oder ich muss davor flüchten und dagegen ankämpfen. Das habe ich damals geglaubt, weshalb ich auch geglaubt habe, dass es verschwendete Zeit ist. Doch rückblickend kann ich nur sagen, dass es in meinem Leben keine verschwendete Zeit war. Es war ein, es war eine unfassbar wichtige Erfahrung, es war ein Geschenk für meine persönliche Entwicklung und ich habe daraus sehr, 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 sehr viel mitgenommen, worauf ich auch heutzutage unglaublich stolz bin auf die Entwicklung, die ich machen durfte dadurch. Genau. G wie Gesundheit. Dazu fällt mir ein, dass ich nicht immer gesund werden wollte. Also die ersten sieben Jahre und ich denke, diesen Modus oder diese Phase kennen wir alle, die eine Essstörung erlebt haben. Die ersten sieben Jahre auf meinem Weg oder während des Erlebens des Symptoms oder die ersten sieben Jahre mit Magersucht und später dann auch Bulimie waren wie ein Leben, das sich wie ein Traum angefühlt hat. Nicht, dass es schön war, also wie ein Traumtraum, doch vom Zustand her, also von dem Zustand her, wo ich mich vom Bewusstsein her befunden habe oder befand, war es gefühlt wie in einem Traum zu sein. Es war so, als wenn ich in einer parallel zur Realität laufenden Welt lebe, wie in so einer anderen Zeit, die aber parallel zur Realität stattfindet, die jedoch nichts mit der Realität zu tun hat. Ich war also körperlich anwesend oder auch einfach mega viel unterwegs, um ja nicht mit mir alleine zu sein, doch ich habe kaum Erinnerungen an diese Zeit, so wie ich das auch eben schon beschrieben habe. Das ist wie benebelt, da ich innerlich, gedanklich oder auch emotional nicht in der Gegenwart war. Ich war einfach nicht im Hier und Jetzt. Nur mein Körper, also meine physische Hülle in fester Materie in Form meines Körpers war anwesend, aber ich war gedanklich und emotional nicht in der Gegenwart. Ich war innerlich mit anderen Dingen beschäftigt und meine Gedanken kreisten sich um Themen, also an der Oberfläche Gewicht aussehen, doch die echten Themen, die dahinter lagen, die mich gedanklich beschäftigt haben, die waren zum Beispiel sowas wie, was die anderen über mich denken, ob ich gerade das Richtige gesagt habe oder ob ich nicht doch zu viel gegessen hatte, wodurch mir meine Klamotten morgen nicht mehr passen und dann alle sehen, wie undiszipliniert ich doch bin und dass ich nichts gebacken bekomme und dass ich faul bin, dass ich dumm bin. Also ganz viel hat sich darum gedreht, was die anderen über mich denken könnten, was ich besser machen muss, damit die anderen gut über mich denken, was ich sagen, wie ich sein muss, damit die anderen mich mögen. Das waren alles so Gedanken, um die meine Welt sich gekreist hat, was ja auch schon der innerliche Ausdruck von dieser krassen Überangepasstheit an die Außenwelt ist und diese Abhängigkeit, die zur Außenwelt bestand. Und bis zu meinem Entschluss, ja doch, bis zu meinem Entschluss, in die Klinik zu gehen, wollte ich nicht gesund werden. Also eventuell, das kennst du vielleicht auch, hatte ich zwar mal den Wunsch, ich möchte gern gesund werden und das soll doch aufhören und warum ich und wieso und wieso und weshalb. Also eventuell gab es diesen Wunsch, doch es war nur eine Wunsch. Dahinter, hinter diesem Wunsch, stand keine überzeugte Entscheidung, dass ich es selbst aus eigener Kraft wirklich will und dass ich auch alles dazu beitragen möchte, was dazu gehört. Hier zeigt sich, dass ich noch nicht bereit war, die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, denn das hätte ja bedeutet, dass ich mich für meine Gesundheit einsetze und mein Leben in Frage stelle und auch bereit bin, Dinge anzupacken, Dinge anzugehen, in die Verantwortung zu kommen und Veränderungen anzustoßen und nicht mehr die Hilflose zu sein, die von anderen durch die Hilflosigkeit zum Beispiel gesehen wird oder auf die geachtet wird oder die Aufmerksamkeit bekommt. Und solange ich dazu nicht bereit war, war die einfache und schnelle Lösung in meiner Parallelwelt mit Essstörung zu bleiben. Ich hoffe jetzt gerade, dass es nicht zu abstrakt beschrieben ist oder auch verständlich ist für dich, doch ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Worte oder auch die Beschreibungen und auch gerade so die Bildwelt oder auch Metaphern, dass sie deine Seele ansprechen, denn ich arbeite bis heute ganz viel mit Metaphern auf meinem eigenen Weg und auch im Coaching, alles was ich heute weitergebe oder auch selbst bei Instagram und in den Texten. Ich arbeite einfach unfassbar viel mit Metaphern, da Metaphern die Sprache unserer Seele sind und deshalb dabei helfen können, unser Unterbewusstsein zu öffnen, damit zu kommunizieren und auch damit zu arbeiten, denn die Arbeit mit dem Unterbewusstsein ermöglicht uns die Erweiterung unseres Bewusstseins, da wir ja unterschiedliche Dinge aus dem Dunkeln des Unterbewusstseins an die Oberfläche in das Bewusstsein holen und dadurch das Bewusstsein erweitert wird und wächst. H wie Heilung. Das Zauberwort nach dem gefühlt alle Streben. Ich finde wichtig, dass wir selbst wissen, was wir damit meinen mit dem Wort Heilung. Die meisten Menschen mit Essstörung, die ich kennenlerne, meinen mit Heilung, dass die Essstörung vollständig aus ihrem Leben verschwunden ist, dass sie losgeworden sind. Ich sehe, das ein bisschen anders, denn für mich beginnt Heilung in dem Moment, in dem wir uns bewusst dafür entscheiden und einsetzen. Also in dem Moment, wo wir uns bewusst für unsere Gesundheit entscheiden, für ein gesundes Selbst, für ein gesundes Leben einsetzen und alles bereit sind zu tun, was dazu beiträgt. Ob wir heilen oder nicht, hängt stark mit unserer inneren Einstellung zusammen. Denn wir können ja zum Beispiel auch fünf Jahre zur Therapie, also wir können fünf Jahre zur Therapie gehen und es verändert sich nichts. Wir können aber auch fünf Jahre zur Therapie gehen und danach ein anderer Mensch sein. Warum ist das so? Weil es mit uns selbst zu tun hat. Auch ich habe verschiedene Therapieversuche gestartet, Hypnose ausprobiert und vieles, vieles mehr, doch habe an der Türschwelle ganz, ganz oft die Verantwortung an mein Gegenüber abgegeben. Und deshalb hat sich, also hat mich auch später auf meinem Weg Coaching als Methode sehr angesprochen, aber erst ab einem bestimmten Zeitpunkt, von Anfang an vermutlich nicht. Doch ab diesem bestimmten Zeitpunkt hat mich Coaching auf meinem Weg sehr angesprochen, da du hier lernst, selbst die Verantwortung für deinen Weg und Prozess zu übernehmen. Und das passiert automatisch, da es eine andere Rollenverteilung ist. Und Coach und Coaching sich auf einer ganz authentischen Ebene und auf Augenhöhe begegnen. Dabei ist es aus meiner Sicht nicht entscheidend, dass es ein Coach mit oder ohne Selbsterfahrung ist, denn beides hat aus meiner Sicht seine Vorteile. Ich selbst habe auch mit beiden Arten von Coaches gearbeitet. Ich habe ganz viel mit Coaches gearbeitet und war selbst im Coaching bei Coaches, die keine Selbsterfahrung mit Essstörung hatten, weil das auch ein super wertvoller Blickwinkel und auch ganz tolle Möglichkeiten mit sich bringt. Und gleichzeitig hatte ich auch Coachings bei Coaches, die eine Essstörung hatten, die schon länger zurücklag oder die sich damit auskennen oder einfach auch diesen Erfahrungswert hatten. Doch es ist aus meiner Sicht wie gesagt nicht entscheidend, ob es ein Coach mit oder ohne Selbsterfahrung ist, weil beides seine Vorteile hat. Und aus meiner Sicht und auch aus meiner Sicht als Coach ist es entscheidend oder ist die Frage viel entscheidender, was brauchst du gerade? Es gibt methodisch gesehen nichts, was pauschal gut oder schlecht ist, sondern es sollte immer die Frage im Vordergrund stehen und gemeinsam vielleicht schon im Coaching darüber bearbeitet werden, dass du für dich selber herausfindest, was brauchst du denn eigentlich gerade? Was ist denn dein nächster Schritt? Wo stehst du denn auf deinem Weg im Moment? Bist du gerade damit beschäftigt, irgendwas zu tun, weil du glaubst, schon da zu sein und diesen Wunsch hast, schon dieser Mensch zu sein? So ging es mir zum Beispiel teilweise auch. Ich wollte schon jemand anderes sein, der ich aber noch nicht war und habe mich dann von meinem Weg abgehalten, weil ich damit beschäftigt war, mich darüber zu ärgern, dass ich noch nicht der Mensch bin, der ich gerne sein möchte. Also wir können uns auf unterschiedliche Art und Weise selber im Weg stehen und uns selber davon blockieren, unseren eigenen Weg zu gehen und auch tatsächlich im Hier und Jetzt zu sein und diesen Weg zu gehen und zu sehen. Deswegen aus meiner Sicht die wichtigste Frage, was brauche ich denn gerade? Das habe ich mich dann auch immer gefragt. Ist es Coaching? Ist es Therapie? Ist es eine Reha? Ist es ein Klinikaufenthalt? Also ich habe dann nach dem Klinikaufenthalt habe ich angefangen mich immer wieder zu fragen, was brauche ich gerade? Und ich habe mir dann immer das geholt, mich informiert, recherchiert, beraten lassen, vermitteln lassen, damit ich das mache, was ich brauche? Und diese Frage finde ich persönlich unfassbar wichtig, denn nicht für jeden zum Beispiel ist die Therapie direkt passend. Nicht für jeden ist die Ernährungsberatung ausreichend. Nicht für jeden ist der Klinikaufenthalt das, was die Person braucht. Also nutze die Auseinandersetzung dafür oder auch beispielsweise ein Coaching dafür, um für dich herauszufinden, was du denn gerade brauchst und wo du gerade stehst. I wie Identität, das ist heute im Coaching eins meiner absoluten Lieblingsthemen, da meine Essstörung damals meine einzige Identität war. Sie war das, was mir Halt, Kraft und Sicherheit gegeben hat. Durch sie habe ich mich wie jemand gefühlt, durch sie habe ich mich überhaupt gefühlt, auch wenn der Preis dafür ziemlich hoch war, dass ich mich nicht gut gefühlt habe, doch ich war bereit, diesen Preis dafür zu bezahlen, weil auf der anderen Seite hat sie mir diese Geborgenheit, diese Sicherheit und diesen Halt, diese innere Kraft gegeben. Doch auch die, auch das Gefühl von, ja, das Gefühl von innerer Leere, die sie auch mit sich gebracht hat, hat sie andersherum auch wieder für mich gefüllt, sodass ich diese innere Leere nicht ständig spüren musste. Also die Essstörung hat ganz viele facettenreiche unterschiedliche Funktionen bei jedem Einzelnen von uns und ich habe meine Essstörung in einem Zeitungsartikel auch mal als meine beste Freundin beschrieben. Da es zu dieser Zeit, in der ich von ihr abhängig war und auch gar nicht gesund werden wollte, eine ähnliche, also es war eine ähnliche Beziehung wie zu einer besten Freundin. Ich konnte mich auf sie verlassen, sie war immer für mich da, sobald ich sie in irgendeiner Art und Weise gebraucht habe. Sie war, ja, sie war meine Ansprechperson Nummer eins. Und da wir anfangs oft eine innerlich positive Beziehung zur eigenen Essstörung führen, ist das Loslassen auf diesem Weg während des Prozesses, also währenddessen wir dort durchgehen, ist das Loslassen oftmals mit echtem Trennungsschmerz oder auch einem langwierigen Trauerprozess verbunden. Denn stell dir vor, dass du deinen Partner nach zehn Jahren verlässt, deine große Liebe, deine beste, liebste Freundin nach zehn Jahren verlässt. Der oder die, die dir dabei geholfen hat, zu überleben, die in all deinen Lebenslagen zur Seite stand und immer für dich da war. So ähnlich und noch tiefer ist der Loslass Prozess von der eigenen Identität mit Essstörung, so wie ich ihn erlebt habe und auch heute in einzelnen Momenten erlebe oder daran erinnert werde von meinem Unterbewusstsein. So betrachte ich diese Beziehung und so verstehe ich deshalb auch den Loslass Prozess, den wir oftmals durchleben, wenn wir durch eine Essstörung durchgehen. Du kannst ja für dich auch mal reflektieren, wie sich das für dich anfühlt im Moment und wo du da gerade stehst. J wie Ja. Wichtig war für mich auch zu lernen, Ja zu sagen. Ja zu einem Klinikaufenthalt, Ja zu Gesundheit, Ja zu Heilung, Ja zu Hilfsangeboten, Ja zu Unterstützung von Freunden, Ja zum Leben, Ja zu Verantwortung, Ja zu Gefühlen und so viele Ja's. Es gibt so viel, was wir bejahen können. Auf Social Media gibt es ganz viele Artikel dazu, dass wir lernen müssen, Nein zu sagen und das stimmt auch, wenn wir über Grenzen sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass wir für uns aufstehen, für uns einstehen und so weiter. Doch wie immer ist die Waagschale, also die Balance, die Mitte, die gesunde Mitte, ist wie so oft aus meiner Sicht wichtig. Und die Mitte bedeutet, dass wir Ja und Nein brauchen und leben dürfen. Denn ich habe früher meistens gar nichts gesagt, da ich unauffällig sein wollte, da ich angepasst war und mich in den Moment am besten einfügen wollte, in dieses Bild quasi einfach irgendwie einfügen wollte, ohne großartig beachtet oder gefragt zu werden. Meine Meinung gab es also nicht wirklich und daher war ich auch immer mehr so der ja schon offene Mensch, aber gleichzeitig auch irgendwie zurückhaltende ruhigere Typ Mensch, der zugestimmt hat, der mit Alkohol oder auch mit anderen Rauschmitteln ins Reden oder aus sich herausgekommen ist. Und das Ja Sagen fiel mir persönlich genauso schwer wie das Nein Sagen auf diesem Weg der Entwicklung. Und ich bin froh, das Ja Sagen gelernt zu haben, denn es war nicht leicht, vor drei Jahren Ja zu diesem Podcast zu sagen. Es hat sich schwer und auch mutig angefühlt, Ja zu meiner Es war eine Überwindung Ja zu all meinen Ideen zu sagen und ist es auch bis heute noch. Doch wenn ich nicht gelernt hätte Ja zu sagen, würden all diese Ideen, all diese Projekte wie zum Beispiel das Kartenset, an dem wir gerade arbeiten, das Gemeinschaftsbuch, an dem wir gerade schreiben, das Coaching-Programm, das gerade läuft und auch nächstes Jahr in fester Form als bestandteil herausgebracht wird, würde nicht da sein oder auch 1-zu-1 Coachings zu vermitteln aus unserem pool an Coaches würde auch nicht existieren. Also sag einfach mal Ja zu irgendwelchen Ideen oder Impulsen, die du heute hast und schau, was passiert. Ab dem Moment, wo ich Ja zu mir gesagt habe, hat sich unfassbar viel verändert. Denn was soll Schlimmes passieren? Wir selbst schon vorher schwarz, wodurch wir nie in das Erleben kommen. Deshalb ist das Ja Sagen genauso wichtig wie das Nein Sagen, damit wir bestimmte Erfahrungen überhaupt machen und daraus dann entweder etwas lernen oder es uns zum nächsten Schritt führt, weil wir dann einen kleinen Umweg genommen haben, was ja auch nicht zu verurteilen ist. Denn jeder Umweg ist auch wieder eine Erfahrung die wir auf dem Weg mitnehmen und der uns zum nächsten Schritt führt. Wir kommen zu K wie Kokain. Es gab einen Moment in meinem Leben, da war ich so weit von mir selbst entfernt, dass es mir selbst Angst gemacht hat, zu welchem Menschen ich geworden bin und wozu ich fähig war und was ich für Entscheidungen fähig war zu treffen. Zu einer dieser Entscheidungen, die ich jetzt meine, gehörte auch, dass ich mich eine Nacht lang mit Kokain und auch anderen pulverartigen Drogen zugedröhnt habe und glücklicherweise hatte ich am nächsten Tag eine gesunde Angst, also so einen leicht furchterregenden Respekt vor mir selbst, denn dieses Erlebnis hat mich auf einer tiefen Ebene aufgeweckt. Danach, nach dieser Erfahrung war mir auf jeden Fall klar, nicht direkt, aber Tage später und mit etwas Auseinandersetzung war mir klar, dass ich die Kontrolle über alles verloren hatte, obwohl ich die ganze Zeit über in meiner Identität mit Essstörung davon überzeugt war, dass ich die jenige bin, die Kontrolle über sich selbst und ihr Leben hat. Doch Pustekuchen, die Essstörung in Form meiner unterbewussten Identität mit Suchtcharakter hatte schon lange die Macht über mich. Mein Unterbewusstsein bestimmte mein Leben und ich wusste zu dem Zeitpunkt damals noch nicht einmal, dass mein Unterbewusstsein sowas überhaupt kann. Denn woher auch? Das hatte mich bis dahin niemand gelehrt, wobei hier auch berechtigt die Frage zu stellen ist, ob ich es früher überhaupt verstanden hätte und mein Geist schon in der Lage gewesen wäre, daraus wirklich eine Erkenntnis zu gewinnen oder mitzunehmen. Also falls du das heute zum ersten Mal hören solltest, dein Unterbewusstsein steuert dein Leben, weshalb das Abtauchen in dein Unterbewusstsein enorm wichtig ist, weil dort die Netzwerke automatisiert vor sich hinlaufen und arbeiten, die zu deiner Essstörung dazugehören und sie vor allem auch am Laufen halten. Solange wir dort nicht hinschauen, lenkt dein Unterbewusstsein weiterhin dein Leben an der Oberfläche, ohne dass du es wahrnimmst oder hinterfragst. Womit wir auch direkt zu L kommen und ich denke dann, ja, ich glaube wir machen heute bis L und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit M bis Z. Also kommen wir zu L wie Leben. Ich könnte so unfassbar viel zu diesem Stichwort sagen, doch ich möchte es für heute und zum zu viele Menschen sind meiner Meinung nach schon an Essstörungen gestorben. Also bitte, 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 bitte kümmere dich darum, dass du nicht eine von diesen Menschen wirst, wenn du das hier gerade hörst. Keine Essstörung möchte realistisch betrachtet, dass du stirbst, auch wenn es dem Anschein nach danach aussieht, gerade wenn wir auch von Magersucht sprechen, wobei alle Formen von Essstörungen ein Sterbepotenzial mit sich bringen. Ganzheitlich betrachtet und aus Coaching-Sicht ist die Essstörung deine Identität, die du in Frage stellen darfst, um dich dir selbst schrittweise wieder näher zu kommen. Sie ist der Hilferuf deiner Seele, die sich nicht anders zu helfen weiß. Ich verstehe auf eine gewisse Art und Weise durch mein Verständnis, durch mein Bewusstsein, durch die Empathie, durch das Hinein-Versetzungsvermögen verstehe ich all die Menschen, die bisher von uns gegangen sind und kenne ja auch die Suizidgedanken und dieses Gefühl von alles ist sinnlos und es wäre besser, wenn ich hier nicht auf der Welt bin und weg bin und auch dann würde es anderen Menschen wieder besser gehen. All das kenne ich, diese Gedanken und es macht mich unglaublich traurig, dass die Menschen nicht vorher aufgewacht sind aus ihrer Parallelwelt, dass sie nicht so weit aufgewacht sind, dass sie wirklich so Schritt für Schritt aus diesem eigenen Schatten, aus dieser eigenen Parallelwelt heraustreten konnten. Doch gleichzeitig schaue ich mir die Statistiken an und denke mir, dass es so nicht weitergehen kann und darf. Es zeigt, dass wir etwas am System verändern müssen, dass wir etwas am System verändern dürfen und am wichtigsten aus meiner Sicht, dass wir etwas am System verändern können. Und dafür ist es wichtig, loszugehen, ganz egal wie und ganz egal, wie lange es dauert. Deshalb habe ich auch mein Leben dieser Aufgabe gewidmet und werde bis zu meinem letzten Atemzug auf dieser Welt unterschiedliche Projekte anstoßen, die ein neues Bewusstsein für Essstörungen verbreiten, so wie SoFoodJourney als Coaching Plattform aufbauen, damit Coaching im Bereich Essstörungen einen festen, nachhaltigen und anerkannten Platz bekommt. Es gibt diese Lücke zwischen Therapie, Klinik und Alltag aus meiner Sicht, in der wir zwar oftmals gesund werden wollen, also wo wir rational entwickelt sind, wo wir kognitiv entwickelt sind, doch unsere unterbewusste Identität mit Essstörungen noch sehr stark und sehr mächtig ist, was zeigt, dass wir emotional quasi hinterher hängen und dass wir auf der emotionalen Ebene noch nicht dort sind, wo unser Kopf ist. Deshalb ist genau an diesem Punkt aus meiner Sicht der beste Zeitpunkt, um sich von einem Coach mit oder ohne Selbsterfahrung, wie oben schon gesagt, begleiten zu lassen. Ich selbst hatte Coachings bei verschiedenen Coaches, seitdem ich aus der Klinik entlassen wurde. Ich war nach der Klinik in Therapie, ich habe unterschiedlichste Angebote in Anspruch genommen, immer das, was ich gerade gebraucht habe, so wie ich es auch vorhin schon beschrieben habe und ich habe dabei nichts ausgeschlossen und auch nichts von vornherein unversucht gelassen. Ich bin meinem Weg offen gegenübergetreten, habe geschaut, was mich berührt, habe geguckt, was mich anspricht, habe geguckt, womit ich mich identifizieren kann und habe dann immer den Weg gewählt, den ich dann geglaubt habe, in dem Moment zu brauchen und es hat mich immer ein Stück weitergebracht, ganz egal, in welche Richtung. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass du herausfindest, was du auf deinem Weg und für deinen weiteren Heilungsweg im Hier und Jetzt brauchst und falls du dabei Unterstützung brauchst, dann fühl dich bitte herzlich eingeladen, entweder dich zur Coaching-Vermittlung zu melden, in der ich dich persönlich mit einem passenden Coach aus unserem Netzwerk zusammenbringe oder dass du dich einfach traust, dich auszutauschen, Instagram zu kommentieren, in die Facebook-Gruppe zu kommen, mit der Community zu sprechen, deine Gedanken zu teilen, dich zu zeigen. Also nimm dir egal auf welche Art und Weise die Unterstützung, die du im Hier und Jetzt brauchst. Es spricht nichts dagegen, im Gegenteil. Es kann dich nur alles immer ein Stück mehr zurück ins Leben bringen, damit du nicht eine dieser Menschen wirst, die an einer Essstörung gestorben sind. In der nächsten Folge geht das Alphabet von M bis Z weiter und ich freue mich jetzt schon darauf, weitere spannende Impulse aus meiner Geschichte, von meinem Weg, aus meinen Erkenntnissen mit dir zu teilen. Wenn du jetzt nach der Folge hier irgendwelche Fragen an mich hast, dann melde dich einfach wirklich per E-Mail oder über Instagram jederzeit super gerne. Mit der ganzen Community kannst du dich, wie gesagt, rund um die Uhr in der kostenlosen Facebook-Gruppe austauschen, für die ich immer wieder zutiefst dankbar bin, denn je mehr Menschen sich auf diese neue Art und Weise mit Essstörungen auseinandersetzen und Coaching-Erfahrungen zum Beispiel auch machen, desto mehr kann Coaching ein anerkannter Baustein für die Behandlung von Essstörungen werden. Also lass uns gemeinsam dafür losgehen. Diese Facebook-Gruppe, falls du noch nicht drin bist, die heißt Essstörungen als Wegweiser und SoFood Journey Community, also unter beiden Wörtern setzen, findest du diese Gruppe und kannst dann einfach beitreten. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich wünsche dir ganz viel Freude weiterhin mit dem 24 Days of Healing Adventskalender, falls du ihn, ja, falls du noch aktiv dabei bist, was ich natürlich sehr hoffe und ich sende dir ganz viel Sonne von Herz zu Herz. Ich drücke dich fest und noch ein ganz kurzer kleiner Hinweis. Morgen findet ein vielleicht für dich sehr spannendes Gewinnspiel statt. Das wird bei Instagram und bei Facebook gepostet und da kannst du ja morgen mal vorbeischauen, denn ich möchte dir gemeinsam mit einer guten Freundin von mir ein Geschenk zum vierten Advent mit auf den Weg geben, was mir besonders am Herzen liegt und was ich als sehr, 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 sehr wertvoll empfinde. Also schau auf jeden Fall morgen vorbei und jetzt drücke ich dich ein Hoch auf dich, deine Kira.